Ebt det 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 Mal gucken, vielleicht schaffe ich ja noch in 3 Minuten Level Up Weiss man nicht Marko.... Ja? Seins Doch nicht Nur ich darf mich unter deinem Digimon verstecken Nein, Alter. Geh unter dem O-Machen da unten raus, Alter. Zum Mann das am Arsch lecken, nicht mir. Darf ich hier diese riesen Schlange mal lecken? Leck doch! Das ist dem Mega-Level von Ryodanon. Das kommt auf YouTube. Das hat keiner gehört. Das kommt auf YouTube, aber okay. Das hat keiner gehört. Niemand, also. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Oh, nicht mehr. Schwanzlutscher. Wer klaut dir meine Monster? Willst du dir die Zunge abschneiden? Ich würde mir die Zunge gerne mal so richtig spalten lassen. So richtig lalalala. Lecker. Nein, Mann. Bah. Iiiiih. Pui. Erinnert mich schon an einen Film, ey. Damit kannst du bestimmt kleine Kinder. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ey Felix. Ey. Zieh dir im Film rein, Miro. Miro? Oder Miro? Ja, Miro. Du meinst bestimmt Miro. M-I-R-R-O-R? M-I-R-R-O-R? M-I-R-O-R? Ja, Miro, okay. M-I-R-O-R? M-I-R-O-R? Hä? Ich glaube Marco. Jetzt weiß ich auch warum. Ich glaube ich will das klauen. Denn. Das da. Willst du es mitnehmen? So dass Karbon, klar. Wie viele Minuten noch Felix? Los Meisterwahl. Wad sagst du? Wie viele hast du noch? Minuten? M-I-R-O-R? Zwei. Prozent? Sechzig. Das wird knapp oder? Wad. Er fragt sich wie es so laufen kann. Er kann es halt. Ja. So ist es. Warum? Du könntest manche nicht. Oh Jenny. Wenn ich das jetzt noch schaffe, Alter, dann ist das genial. Nice, Diga. Ja, auf jeden Fall korrekt. Wenn man bei den Himmel nicht die Sherry-Mons die ganze Zeit klauen würde. Hoho. Aber ich kühle Wutbund. Nein, noch vierzig Sekunden. Alex. Das kannst du. Nicht mehr stoppen, denke ich. Bitte. Äh. Du hast die Teleportiermittel. Tu es nicht. Wo denn? Du schon. Warum? Wir gehen dir jetzt gleich Maze. Bleib zu Datacenter. Ich will ja noch weiter leveln mit Beermann. Ja, aber wir hören da auf. Wir haben doch... Bis 50 hier. Ja, bis 50 und dann gehen wir weiter Maze. Ich dachte aber niemals bis 50 jetzt. Oh, zehn Sekunden noch. Der Video hat bis jetzt einen Aufruf. Welches? Ja, ist doch scheißegal. Oh, die sind abgelaufen. Oh. Egal. 90% habe ich. Ja, sind wir los. Warum? Ich levelt erstmal auf 50. Ich warte auf euch. Ich geh mit dir noch was zu essen machen und so. Und dies, das, andanas. Ja, dann Portish machen. Ähm. Ey, Alex. Hast du... Ah, die Wutmannengst, ne? Die hast du doch im Lager, ne? Muss gucken. Ja, guck mal bitte, weil... Ja, guck mal bitte. Da ist ja ein Lager. Ja, dann versuche ich gleich Wutmann zu erhält. Nein, tauschen wir eben die Eier. Dann gib ich... Das hat sich jetzt komisch angehört, aber... Bitte. Beine. Nein, nur das Linke. Schau mal, da ist er wieder. Wer wird da? Die Saniere. So. Wie... Wie lang du brauchst einfach, wenn du keine Booster drin hast, ey. Hammer, ne? Ja, Mann. Hast du nicht angenommen? Der hat auch einen Euromon. Wer hat angenommen, ne? Achso. Alter, warum hat der so geile Digimons? Äh... Lukas? Ja? Hast du nicht angenommen? Bin schon in Maze. Der ist schon in Maze, ey. Ja, dann mach... Dann mach da die vier Level. Ja, komm. Ne, lass dir doch da die vier Level machen, ey. Oder... Ich weiß nicht. Ja, Maze geht schneller. Ja, ja, ich bin jetzt aber... Ich bin 50. Ja, lass mal hier eben die Eggs tauschen, komm. Wo ist Lager? Ah, da oben. Wie viel? 20 gegen 20, ne? Ich muss gucken, wie viel ich hab. Ja, guck mal. Davor viele Eggs, Digga. Ich weiß nicht... Davor viele gefarmte, ey. Oh nein. No, ich hab gleich aufgehend. Alles klar, lass dich mit dir aufgehend. Also lass dich mit dir aufgehend. Och... Oh nein. Ich hab' gleich aufgehend noch. Ich hab' gleich aufgehend noch. Jetzt weiß ich mal. Digimons abgehend noch. Okay. Hey Alex, wo bist du? Ja, ich geh zu mir. wie wohin gehst du wohin gehe ich wohl wie was um so irgendwie sagen du weißt das nicht hier ist ein lager nicht ja hier oben nein hier bist du blöd er läuft bis ganz nach oben alter ich jetzt muss ich auch da hinkommen aber du bist so ein affe und gehst du gerade zum eingang eingang nach so dort hätten ich verstehe gg mace entrance wir gehen jetzt alle hin ja okay da nicht mitkommen ja das habe ich schon gesagt gehen ja okay das haben wir alles das mm 300 prozent xp wenn es das das werde ich noch aus muss so lange bis es abgelaufen ist ich brauche wutmann und vier stück was noch stück was noch betamon eier ich brauche wutmann ja mehr habe ich nicht du bist so ein pimmel du sagst du laberst immer so kacke mal alex du bist scheiße ja ich hab mir gesagt ich muss gucken willst du willst jetzt die 30 riodaman ex haben moment jemand kauft mir was im shop ich will gucken wer siehst du das wenn ich aufmache ist ist grau nein hat er nicht gekauft willst du dir jetzt haben ja oder nein sonst verkaufe ich dir jetzt gleich er sagt ja 30 eier für 30 m jeweils das stück ist das anstatt 40 m ok neunhundert m sind hat 900 m alter ich habe nicht mal 900 und sagen dass mein shop offen ist warum sagst du immer okay ja gut dann gehe ich jetzt erst mal schreibe ich hier was rein kann ich was reinschreiben ja felix kannst du jetzt leihen bitte du weißt ich zahl das zurück trotzdem und warum du jetzt beleidigt bist ne was ich mir zu essen machen gibt es gleich ja leute gleich wird meist gelevelt leute ja und ja wir werden richtig ich habe auch nur wo wird man die jäger halten aber ich muss ganz viele wird man extra damit ich eben auch die und auch viele plant data user in your channel time doubt und also und oder 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 nun mal ein paar Sachen, was haben wir, oh ja ich habe einen Teil, jetzt kann ich Früchte holen, yey, jetzt kann ich Früchte holen, yey Oh, bin ich froh, weil ich Thema Level 55 endlich bin Thema Level 50 ist Maze, alter, kannst du jetzt leveln Ja, ich kann so, was geht ihr im Schwingkitten Ey, Bra Hm Alter, bist du fertig mit Essen? Ne, ich habe mir hier geholt So, was gibt's Essen? Selbstgemachte Linsensuppe Oh, lecker Weißt du überhaupt, was Linsensuppe ist? Ja, meine Mama hat das, wo ich krank war, also, was heißt krank, wo ich keinen Bock zu essen habe, hat die mir immer Linsensuppe gemacht Linsensuppe ist geil Geht so Es ist lecker, aber, du wirst süchtig davon Kipp da immer ne Menge Essig rein Ach du, scheiße Nein, mit Essig schmeckt das richtig geil Mit Essig? Ja, mit Essig und dann noch ein bisschen Ding und dann noch ein bisschen Sahne oder Milch rein Also, Essig, weil Essig wird richtig sauer Nein, du sollst... Für die, die nicht zu sauer haben sollen, die sollen keine halbe Flasche Essig da reinkippen Wer? Mach da mal kurz aus, ich muss was sagen, Mann User, join your channel Oh, was geht denn jetzt ab? Wartet Endlich Wuuuuh Party Party Endlich voll essen, ey Wuuuuh Kalt, ey Kalt, ey Kalt, ey Kalt 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 Komm Kinder Mö Kalt 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 So, jetzt aber, jetzt aber, ist alles wieder da, oder wie, oder was, oder wo? Sind ja gar nicht mehr so viele, oder? Ja, wir werden immer weniger. Ja, egal. Jetzt kann man mir mal Essen zugucken, richtig geil. Oh ja, Alter, das mach ich jetzt, streamen. Gönn dir. Richtig geil, ne? Irgendwie mach ich das dann. Soll ich das... Soll ich das Essen noch schön... ... ...